Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Frag Fabian, dem Social Media Magazin zur Arbeit von uns freien Wählern im Bayerischen Landtag. Eine ganz besondere Folge gleich in zweierlei Hinsicht. Zum einen deshalb, weil wir uns heute nicht aus München, nicht aus dem Landtag melden, sondern von weit über Oberammergau, hier von der Kolbensattelhütte. Und zum anderen eine ganz besondere Folge, weil ich nicht alleine vor der Kamera stehe und weil ich nicht irgendeinen Gast habe, sondern weil mein Chef mit dabei ist. Unser aller Chef, der Fraktionsvorsitzende unserer Regierungsfraktion im Bayerischen Landtag, Florian Streibl. Florian ist deshalb mit dabei, weil es heute um eines seiner Herzensthemen geht. Ein Thema, das in seiner Heimat die Menschen zu Recht sehr umtreibt. Es geht einmal mehr um den Wolf. Dazu haben wir uns eine ganze Reihe von Zuschriften erreicht. Unter anderem hat uns die Anna geschrieben aus dem Landkreis Oberallgäu. Die Anna hat mitbekommen, dass wir einerseits natürlich eine Wolfsverordnung als Bayerische Staatsregierung, als Bayern-Koalition aus Freien Wählern und CSU gemeinsam auf den Weg gebracht haben. Dass es jetzt aber auch eine zusätzliche Resolution unserer Regierungsfraktion, also eine Wolfsresolution der Freien Wähler gibt. Und das passt gut zusammen. Deshalb melden wir uns heute auch aus Oberammergau, weil wir genau wegen dieser Resolution heute auf den Kolbensattel gekommen sind. Und die Anna, die schreibt jetzt, es gibt ja schon die Verordnung. Jetzt macht ihr noch eine Resolution. Was steht denn da drin und was habt ihr vor? Und dazu gibt es wirklich keinen berufeneren Mund, um das zu beantworten als unserem Fraktionschef. Und das in seiner Heimat auf dem Kolbensattel. Lieber Florian, schieß los. Was steht drin in der Resolution? Ja, gut. Also in der Resolution steht natürlich drin, warum, wieso, weshalb. Die Verordnung, das ist halt der reine, schnöde Gesetzestext. Das sind Paragrafen, die sagen, was geht, was geht nicht. Wann darf man was machen? Aber nicht das Warum. Warum darf ich was machen? Warum ist der Wolf eine Gefahr für unsere Kulturlandschaft, für unsere Heimat hier? Und das haben wir in diese Resolution reingepackt und gesagt, also die Natur hier, wo viele verschiedene Arten da leben, also von Auerwild, Birkhühnern, auch von seltenen Insekten, die auf den Almen ihr Leben haben, die sind alle infrage gestellt, wenn der Wolf kommt, denn dadurch wird die Almwirtschaft letztlich zerstört, weil die Landwirte tun nicht, also ihre Tiere, die Schafe, die Rinder, Pferde auf die Alm treiben, damit der Wolf einen gedeckten Tisch hat und hier sich nach Gutsherdenart bedienen kann, weil die Landwirte sagen, das wollen wir nicht, dann hören wir ganz auf. Und dann verschwindet diese Almwirtschaft, dann entsteht hier Wildnis, aber diese Wildnis ist nicht mehr an Artenvielfalt, sondern ein weniger, denn der Wolf vertreibt die anderen Arten, die hier heimisch sind. Das heißt also für unsere Heimat hier, dass mindestens 14 verschiedene Arten vom Aussterben bedroht sind, wenn der Wolf hierher kommt. Dazu gehören natürlich dann auch noch die Arten des Nutzviehs, also wir haben hier ganz alte, seltene Rinderarten, seltene Schafarten, die auch selber vom Aussterben bedroht sind und wenn die nicht mehr von den Landwirten gepflegt werden, dann sind die weg. Das ist ein Verlust für unsere Menschheit, wenn wir diese Schafe, also Schafe und Rinder nicht mehr haben, also der Genpool wird dann ein wesentlich geringerer und da muss man dann sagen, was ist ein Mehrwert? Die eine Art, die hier reinkommt und das andere zerstört oder die vielen anderen Arten, die hier heimisch sind und hier ihr Leben haben und hier gedeihen können. Also und diese Arten wollen wir schützen. Deswegen steht hier eigentlich Naturschutz gegen Naturschutz und natürlich also der Schutz unserer heimischen Landwirtschaft. Und von Soja haben wir das in diese Resolution reingepackt und da brauchen wir eigentlich zwei Dinge, um die Arten hier zu schützen. Denn wir müssen eines Teils legal den Wolf auch so entnehmen können, wenn er eine Gefahr darstellt. Eine Gefahr für die Wirtschaft, Almwirtschaft, für die Tiere, die hier leben und auch eine Gefahr für den Menschen. Und daneben müssen wir natürlich auch schützen. Wir müssen die Nutztiere schützen vor dem Wolf und müssen natürlich unsere Natur auch vor dem Wolf schützen. Und diesen Zweigang von Schützen und Schießen, den haben wir in der Resolution niedergelegt, um zu erklären, warum es für uns wichtig ist, dass der Wolf hier nicht mehr heimisch wird. Es wird immer Wölfe geben, die hier durchziehen. Aber wenn er sich hier mit Rudeln festsetzt, dann wird es eine völlige Veränderung unserer Natur geben, eine Veränderung der Almwirtschaft, damit eine Veränderung des Tourismus. Und letztlich werden die Lebensgrundlagen der hier lebenden Menschen, aber auch der hier lebenden Fauna und Flora, wird entzogen. Und da sagen wir, wer wird den Anfängen? Ich sage Florian, vielen Dank nicht nur für die Einladung auf die Kolbensattelhütte und fürs zu Gast sein, in Frage Fabian, sondern vor allen Dingen für dieses eine leidenschaftliche Plädoyer zu deiner Frage, weil ich fest davon überzeugt bin, dass es genau das ist, was wir brauchen. Diese doppelte Begründung. Es geht um die Landwirtschaft, um die Almwirtschaft, aber nicht nur darum, wäre für uns Freie Wähler ja schon Motiv genug. Es geht am Ende des Tages aber auch um den Tierschutz, um den Artenschutz und um den Schutz unserer einzigartigen Kultur, unserer besonderen Lebensqualität und des besonderen Lebensraums im Freistaat Bayern. Und da ist es, glaube ich, wichtig, wenn immer von dem einen oder anderen Grünen da mit Emotionen gespielt wird, auch mal klar zu sagen, wie Florian Streibl das tut, es ist nicht schwarz und weiß, sondern es ist ein Konflikt zwischen beispielsweise dem Schutz des Wolfes auf der einen Seite und dem Artenschutz auf der anderen Seite. Da sind nicht die einen die Guten und die anderen die Bösen, sondern da braucht man vernünftige, pragmatische Lösungen mit gesundem Menschenverstand. Und hier hat Florian Streibl für uns Freie Wähler in die Resolution gegossen. Glücklicherweise hat die Bayern-Koalition das in der Spitze auch so aufgenommen, das in die Wolfsverordnung gegossen. Und wir können noch mal klar sagen, Anna, zu deiner Frage, die Bayerische Almwirtschaft, aber auch die Menschen, die mit gesundem Menschenverstand über diese Fragen nachdenken und denen unsere Heimat wichtig ist, die können sich da auf unsere Regierungsfraktion, die können sich da auf die Freien Wähler verlassen. Also, lieber Florian, noch mal danke fürs Zu-Gast-Sein in unserem Social-Media-Format. Und wenn auch ihr eine Frage habt, dann macht es wie immer, postet die entweder unten in den Kommentaren oder schreibt uns eine Mail. Dann geht es nächste Woche vielleicht um euer Thema. Wenn ich mich dann wieder aus München melde, bin schon gespannt, mit wem an meiner Seite. Uns wieder heißt FragFabian.